Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute zeigen, wie du schnell und einfach einen simplen Blog bauen kannst mit einem kostenlosen Theme und einem kostenlosen Plugin mit WordPress. Dazu werden wir uns zuerst einmal ein bisschen die Theorie anschauen müssen und dann schauen wir uns aber an, wie du relativ flott und schnell auch zu deinem Blog kommst. Da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, einen Blog zu bauen und noch individueller zu machen und so weiter, aber ich finde, diese Lösung ist eine sehr einfache und simple Lösung, um einmal zu starten, damit du deinen Blog online bekommst und von dem weg auch nochmal dann weitere Dinge machen kannst beziehungsweise vielleicht auch in der Zukunft das Design nochmal anpassen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran, denn wir schauen uns jetzt Step by Step an, wie wir so einen Blog denn aufbauen können. Ja, kommen wir kurz zur Theorie, beziehungsweise zu dem, was man wissen sollte, wenn man eben mit WordPress arbeiten möchte und dazu möchte ich dir eine Einführung geben, was WordPress überhaupt ist. Ich möchte dir auch zeigen, was eine Domain bzw. was Hosting heißt und ich möchte dir auch zeigen, wie man das Ganze installiert und einrichtet. Das werde ich bei meinem Hoster machen, aber ich werde ja grundsätzlich auch andere vorstellen und dann kümmern wir uns um den Aufbau und die Erstellung des Ganzen. Kommen wir mal zu dem Thema, was ist überhaupt WordPress. WordPress ist ein CMS, also sprich ein Content Management System, was es dir vereinfachen soll, Inhalte im Web sozusagen zu verwalten, also sprich Content Managen. Und WordPress ist eine meiner größten Leidenschaften und genau deswegen spreche ich auch so oft hier auf YouTube darüber. Und mir geht es einfach nur darum, dass du verstehst, du brauchst keine wirklichen Programmierkenntnisse dafür, aber natürlich im höheren Bereich wird es dann wirklich sehr interessant, wenn du vielleicht auch irgendjemanden hast, der dir etwas programmieren kann oder gerade auch im Agenturbereich ist es natürlich sehr spannend, das zu können. Aber grundsätzlich kannst du vieles aufbauen, vor allem wenn du dir einen Blog aufbauen möchtest oder eine normale Webseite etc. Das kannst du eigentlich alles bewerkstelligen, ohne großartig Programmierkenntnisse zu haben. Kommen wir auch noch zu dem Part, das Ganze ist kostenlos. Also WordPress an sich ist eine Open Source Software und bietet dir, wie gesagt, nur das System. Und da oben drauf kommen dann noch Dinge, über die wir sprechen wollen. Es gibt aber eine starke Unterscheidung, die du im Kopf haben musst und das ist WordPress.org, was im Endeffekt die Open Source Software ist und WordPress.com. WordPress.com bietet dir auch Hosting an und so weiter und so fort, aber hier auf dem YouTube-Kanal von mir, ich spreche immer nur über WordPress.org, sprich du brauchst einen Hosting-Anbieter und installierst dort die Open Source Software sozusagen WordPress und dann arbeiten wir dort sozusagen auf einem alleinstehenden System. Bei WordPress.com funktioniert das ein bisschen anders. Dort hast du eine generelle Seitenverwaltung beziehungsweise auch ein Hosting dabei und du kannst nicht alle Plugins und nicht alle Themes installieren, die von Drittanbietern kommen. Das heißt, du kannst so ins Directory eintauchen von Themes und Plugins, was ich dir nachher dann noch zeigen werde, aber es gibt eben da Unterschiede. Deswegen, wie gesagt, wenn du dem hier folgen möchtest, bitte dich nur in WordPress.org halten, nicht WordPress.com und eben einen Hosting-Anbieter haben, worüber wir gleich nochmal sprechen. Was benötigen wir nun, um eine WordPress-Webseite, Blog, Shop oder was auch immer aufzubauen? Wir benötigen zuerst einmal eben einen Hosting-Anbieter. Meinen ist zum Beispiel EasyName. Das zeige ich dir auch anschließend, wie ich dort eine Domain einrichte beziehungsweise auch WordPress installiere, aber das grundsätzlich ist kein Problem. Das kannst du eigentlich fast überall machen und es gibt auch überall schon sehr gute Anleitungen oder du meldest dich einfach beim Support, wenn du dabei Hilfe bräuchtest. WordPress, die haben im Normalfall alle sogenannte One-Click-Installationen oder EasyInstall nennen es manche oder One-Click oder wie auch immer. Das bietet dir einfach das Anderste, wenn du dir eine Domain registrierst, worüber wir dann auch noch sprechen, dass du sozusagen auch noch zusätzlich WordPress installieren kannst und das ist relativ einfach. Es gibt auch eine manuelle Möglichkeit, das Ganze zu installieren, ist aber nicht notwendig im Normalfall. Das Hosting kostet grundsätzlich von bis, ich sage jetzt mal, du bist gut dabei, wenn du 40 Euro im Jahr dafür einrechnest. Das heißt, sprich, das sind die Kosten, die du hast, um eine Website am Raufen zu halten beziehungsweise, dass die überhaupt online bleibt. Denn du brauchst natürlich jemanden, der dir sozusagen diese Webseitendaten, die wir dadurch einpflegen von Texten, Bildern usw., die sozusagen auch immer zur Verfügbarkeit stehen und das macht eben das Hosting. Zusätzlich dazu brauchst du eine Domain. Da ist es völlig egal, welche Domain du haben möchtest, ob das eine .com.de, .io, .do oder was auch immer ist. Das ist alles das Gleiche. Dort variieren die Preise von Hosting-Anbieter zu Hosting-Anbieter beziehungsweise variieren auch generell die Preise, je nachdem, welche Endung du haben möchtest. Die ich dir nachher aber nochmal erkläre, wie diese Unterscheidung da stattfindet. Die Domain ist einfach nur dafür da, diesen Betrag zahlst du jährlich. Das heißt, du mietest sozusagen für dieses Jahr oder du zahlst für dieses Jahr den Besitz der Domain und du kannst das auch übertragen und du kannst auch, das will ich gleich dazu sagen, im Nachhinein solltest du dich irgendwann dazu entscheiden, warum auch immer der Hosting-Anbieter nicht passt, da zu transferieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel mehr Leistung brauchst und der Hosting-Anbieter das nicht anbietet oder du andere Dinge brauchst oder einfach nicht zufrieden bist, dann kannst du immer bei der Domain einen sogenannten Transfer-Code anfordern beziehungsweise im Dashboard dir anschauen und dann zu einem anderen Hosting gehen. Was auch noch immer bei dem Hosting dabei ist, ist oftmals sind die E-Mails bzw. E-Mail-Adressen. Das heißt, du kannst dir dann auch mit deiner Domain eine E-Mail-Adresse bestellen. Zum Beispiel, ich habe für die Agentur kolbermedia.com. Das heißt, ich habe zum Beispiel office.kolbermedia.com, ich habe nicolas.kolbermedia.com, ich habe für meine Leute teilweise E-Mail-Adressen und ich habe aber auch noch so etwas wie buchhaltung.kolbermedia.com oder andere Themen. Das heißt, das kannst du alles dort machen. Du kannst aber grundsätzlich auch andere Dienste dann nochmal nutzen. Aber du kriegst Zugangsdaten, die kannst du dir dann zum Beispiel in dein Office 360 integrieren oder in dein Thunderbird oder in dein Outlook oder was es auch immer ist, was du als E-Mail-Anbieter nutzt. Google kannst du auch verbinden. Das ist alles abseits dessen, aber du kannst trotzdem auch einfach E-Mail-Adressen erstellen. Zum Beispiel bei EasyName ist es so, dort hast du auch ein eigenes Web-Postfach und so weiter und so fort. Das heißt, da bist du auch nochmal frei. Das ist auch im Hosting inkludiert im Normalfall. Da musst du dir nur die Daten nochmal genau anschauen. Dann eben brauchen wir noch die WordPress-Installation beziehungsweise eine WordPress-Installation und die ist eben meist sehr einfach beziehungsweise gibt es da sehr gute Anleitungen dazu oder was ich immer jedem empfehle, wenn man da nicht zurechtkommt oder das erste Mal das Ganze macht, dass man einfach kurz beim Support anruft. Das heißt, sprich, würdest du zum Beispiel jetzt nicht EasyName nehmen und dem heutigen Tutorial folgen, dann ruf einfach beim IONO Support an oder Word4U Support oder was du auch immer nutzt und sag kurz Bescheid, ich mache das das erste Mal, können sie mir helfen, wenn es nicht klappen sollte. Aber im Normalfall ist das nur ein Lernprozess, wenn du das einmal gemacht hast, musst du das auch nicht nochmal machen. Was wir dann eben auch noch benötigen, sind sogenannte Themes und Plugins für WordPress. Also Themes, kannst du dir vorstellen, ist das Baugerüst. Das heißt, das gibt gewisse Stellen auf deiner Webseite, ein gewisses Design oder stellt ein gewisses Design und dann gibt es auch noch kostenpflichtige Themes und Plugins. Das ist eben immer so eine Sache, also Plugins an sich bieten dann nochmal modular sozusagen mehr Funktionen für deine Webseite. Themes bietet dir mal so diesen Grundstock an Aussehen. Ein Theme kann aber auch mit Funktionen kommen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht, gerade wenn du es das erste Mal hörst, etwas kompliziert, aber in Wirklichkeit ist es dann am Ende des Tages nicht so kompliziert und oftmals brauchst du heutzutage auch vielleicht gar kein Theme mehr, sondern klemmst nur ein sehr leeres Theme mit wenigen Funktionen dahinter und baust zum Beispiel den Rest mit etwas anderem. Das schauen wir uns aber im Genaueren an beziehungsweise schauen wir uns auch genau an in dem Tutorial und wie und was wir tun müssen beziehungsweise welche Plugins und Themes wir es auch genau nutzen. Jetzt habe ich ja viel über Domains und Hostings weiter gesprochen, aber ich möchte noch eine grundsätzliche Erklärung geben, weil das oftmals vielleicht irreführend ist. Du siehst hier, wie eine klassische Domain aufgeteilt ist beziehungsweise wie das Ganze aussieht. Die mittlere Part, das ist das, was man im Normalfall als Domain bezeichnet, also sprich die Second Level Domain. Da ist eben die Sache, die du kannst dir aussuchen, was du haben möchtest. Ich habe zum Beispiel Nikolaus-Kolber oder wie ich es vorerwähnt habe kolbermedia.com und auch noch viele andere und meine Kunden dementsprechend auch. Ich habe zum Beispiel bei Nikolaus Kolber die Top Level Domain.com, also sprich die Endung genutzt.com. Das kann ich dir auch immer empfehlen, vor allem wenn du im internationalen Bereich bist, ist das immer eine super Domain. Da sind natürlich schon viele vergeben, weil die einfach sehr gefragt ist und du kannst aber natürlich auch dementsprechend dir da dann die Domainpreise anschauen, je nach Hosting, Anbieter und so weiter, was wir uns dann gleich nochmal anschauen. In zweiter Form gibt es auch noch die Third Level Domain, sprich auch genannt Subdomain. Viele von uns kennen das mit dem WWW. Das ist eigentlich eine Subdomain, ist aber nicht wirklich etwas mit Funktionen, aber was du vielleicht auch kennst, ist so etwas wie shop.nikolaus-kolber.com oder blog.nikolaus-kolber.com. Das ist eigentlich dann eine zweite Installation in WordPress, kannst du dir vorstellen, oder eine zweite Installation des Ganzen. Sprich, da ist es so, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt eine Subdomain, beziehungsweise ich installiere meine Subdomain, du musst auch kein WWW benutzen, du kannst auch direkt ein https.nikolaus-kolber.com nutzen, das obliegt dir, das kannst du auch in den Domain-Einstellungen einstellen, ich würde es einfach so annehmen, wie es dir geliefert wird. Im Normalfall bietet ein Hosting auch schon so Grundeinstellungen und die würde ich dann nicht großartig anfassen, sondern würde mir eher anschauen, okay, was ist denn überhaupt wichtig auf der Hauptdomain. Aber was ich empfehlen kann, ist wenn zum Beispiel deine nikolaus-kolber.com, da habe ich zum Beispiel meinen Blog jetzt drauf, wenn das halt riesig wird und ich möchte jetzt noch einen Shop dazu bauen, und einfach aus Performancegründen würde ich dir empfehlen zum Beispiel das auf eine Subdomain zu legen, das heißt der Shop ist dann unter shop.nikolaus-kolber.com Wichtig dabei ist aber auch zu wissen, wenn du eben eine Subdomain nimmst, dass das eben eine eigene Installation ist und eigentlich kannst du sagen eine eigene Webseite, das heißt da musst du schauen, dass das auch alles dann stimmt, beziehungsweise dass du sowohl auf der Hauptdomain als auch auf der Subdomain alles einrichtest, aber das ist einfach nur eine Erklärung. Gut, das war jetzt die Erklärung zu der Domain und jetzt gehen wir mal in die Praxis, was das Hosting betrifft. Ich habe ja jetzt erwähnt, ich benutze zum Beispiel EasyName, das heißt EasyName ist ein Hosting-Anbieter, aber es gibt auch Ionus oder 1&1 beziehungsweise Ionus bei 1&1 oder es gibt Bluehost oder du suchst einfach etwas ganz anderes. Da musst du für dich selber entscheiden, welches Preis-Segment möchtest du haben. Im Normalfall brauchst du für WordPress im Endeffekt eine MySQL-Datenbank, PHP, die am Server laufen kann oder das am Server laufen kann und eben die Domain dazu. Das bieten fast eigentlich alle an und die haben auch meist, wenn man einfach WordPress-Hosting eingibt, zum Beispiel Ionus, steht da auch Webhosting und da steht auch inkludiert Hosting und WordPress. Das heißt, du siehst da WordPress-Hosting und dort kannst du draufklicken und siehst auch gleich, was das circa kostet und da siehst du eben bis zu drei Domains dauerhaft kostenlos und auf Wunsch auch nochmal mehr und so weiter und so fort und kannst dir dann anschauen, was da alles drinnen ist. Hier steht auch immer dabei, ideal für eine WordPress-Webseite etc. Das ist bei EasyName genauso, wenn du hier auf Webhosting gehst, siehst du dann auch eben, da hast du eben eine Domain drinnen, eine Datenbank drinnen, die Domains sind unlimitiert, musst du aber zahlen. Ich habe zum Beispiel am Anfang dieses unlimitierte Paket hier gehabt, da kannst du eigentlich so gut wie alles machen und zusätzlich habe ich aber noch einmal die Advanced-Produkte beziehungsweise habe ich eins dieser Hosting-Pakete, weil das nochmal von der Power her ein bisschen mehr liefert. Aber das muss nicht sein, das kann aber auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Genau, das heißt, das was du als allererstes machst, ist, du musst natürlich deinen Domain-Namen finden, wie ich es vorher erwähnt habe, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal als Beispiel kolbermedia.com, da wird er mir jetzt sagen, die ist vergeben, das heißt, die kann ich nicht nutzen, aber er schlägt mir andere vor, aber du kannst natürlich sagen, dein Blog-Name, wie du den willst. So, und dann würdest du das hier haben und du kannst den hier reingeben, das Ganze ist natürlich dann auf Deutsch und du siehst da gleich die Kosten und kannst dann eben den Checkout-Prozess einfach folgen, bis du das bezahlt hast und das Hosting bezahlt hast und dann machen wir eigentlich weiter mit der Installation. Wenn du dann in deinem Control Panel zum Beispiel jetzt bei Easy Name bist, dann müssen wir natürlich WordPress installieren. Da wird auch schon mal vorgeschlagen, wenn du hier unter Advanced Web Hosting oder erweitertes Web Hosting reingehst, sind die Easy Install Apps und dort kannst du dann einfach hier WordPress hinzufügen oder App WordPress, der fragt dich dann hier im Endeffekt nur, ob du eine neue Subdomain oder eine, wo du das installieren möchtest. Im Normalfall kommt dann hier eben dein Domain-Name auf oder du tippst ihn hier ein. So wie bei mir, ich könnte jetzt hier zum Beispiel Kolber Media eingeben und er würde mir vorschlagen, wo ich das installieren möchte. Als Beispiel erstelle ich mir jetzt aber auch eine Subdomain. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich möchte jetzt Blog. und dann gebe ich ein Kolber Media.at und dort möchte ich dann das Ganze installieren. Das Passwort hier unten kannst du eingeben. Du kannst auch nochmal deinen Username eingeben, deine E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Ich würde auch nochmal die Sprache hier einstellen sollte, die nicht von Haus aus auf Deutsch eingestellt sind. Das liegt an meiner Browser-Einstellung. Und genau, der Rest sollte eigentlich alles installiert sein. Du kannst natürlich das Admin-Passwort auch noch anpassen und dir dementsprechend das dann auch nochmal nachträglich ändern beziehungsweise das zeige ich dir dann direkt in der Installation. Dann gehst du auf Install Now und dann dauert das nur eine kurze Zeit. Da wird auch schon gezeigt beziehungsweise wird auch schon vorgeschlagen, wie das Ganze aussieht und wichtig ist dann nur noch, dass wir das SSL-Zertifikat gleich aktivieren. Das zeige ich dir jetzt auch nochmal bei Easy Name. Das kann von Hosting zu Hosting-Anbieter wieder anders sein, aber im Normalfall sollte das auch passen. Um das SSL-Zertifikat zu aktivieren, gehen wir hier nochmal auf die Domains, gehen hier oben entweder den Namen ein oder wenn du nur eine hast, wird dir die da unten auch sicher angezeigt. Wir suchen uns die Colver Media Domain AT raus, geben hier auf Managen beziehungsweise auf dieses Bearbeitungszeichen, gehen auf Subdomains. Ich habe hier mehrere Subdomains installiert und hier sehe ich aber schon meine Blog-Subdomain und sage hier dann noch einfach Activate HTTPS, Redirect to HTTPS und sage hier auf Save. Damit ist das SSL-Zertifikat hier auch schon installiert. Und ich kann dann gleich auch nochmal aufrufen, beziehungsweise müssen wir dann noch bei der Installation etwas machen, aber das können wir dann gleich zusammen machen. Wenn wir das jetzt aufrufen, sehen wir auch schon, dass das funktioniert hat und ich kriege auch hier nochmal eine Mail, dass das Ganze erfolgreich installiert wurde. Das heißt, du kannst dich da jetzt einloggen, beziehungsweise wenn du so wie ich gemacht hast, dir jetzt zum Beispiel nicht das Passwort gemerkt hast, kannst du hier einfach WP-Admin gehen, also Slash WP-Admin, gibst dann hier die Daten ein, die du eigentlich eingegeben hast, wenn du sie gemerkt hast oder du sagst einfach auf Passwort vergessen, da kannst du dir auch einfach ein neues Passwort zuschicken lassen. Das heißt, wir haben ja meine Office-E-Mail genutzt und ich sage jetzt bitte ein neues Passwort und der schickt uns das dann auch nochmal zu. So, jetzt steht auch hier überprüfe deine E-Mail-Adresse, dann kriegen wir hier auch eine E-Mail mit Passwort zurücksetzen und hier kannst du dann dein neues Passwort auch zurücksetzen. So, ich habe das Passwort jetzt zurückgesetzt, habe mir das auch gleich in meine Verwaltung gespeichert und gehe jetzt hier auf Speichern. Jetzt befinden wir uns auch schon im Dashboard, das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist eigentlich in den Einstellungen hier rein zu gehen, dann zuallererst einmal hier in der WordPress-URL beziehungsweise in der Webseiten-URL hier noch ein S dran hängen, ich mache das auch die Spur größer, dass man das sieht, das heißt ich hänge hier noch ein S dran, damit wird er dich auch nochmal kurz ausloggen wahrscheinlich im Normalfall, weil er das einfach jetzt geändert hat und dann sehen wir aber auch hier oben schon, dass das SSL-Zertifikat auch aktiv ist, das heißt hier steht auch Valid und dann funktioniert das Ding auch. Das zweite was ich dann noch immer mache, vor allem wenn wir im Aufbau der Webseite meistens sind, ist ich gehe nochmal hier kurz auf Lesen und sage hier Sichtbarkeit für Suchmaschinen, also Suchmaschinen davon abhalten, diese Webseite zu indexieren, da geht es einfach darum, dass du während dem Aufbau sozusagen keine Problematik hast und das speichern wir noch. So und jetzt ist eine leere WordPress-Installation ready und jetzt können wir uns um den Aufbau kümmern, den wir dann haben wollen. Wir bauen heute ja einen Blog auf und dazu nehmen wir mal die Grundeinstellungen vor beziehungsweise stellen die mal ein und dafür gehen wir mal in die Einstellungen und vergeben mal den richtigen Namen. Im Normalfall, wenn du etwas installiert hast, wird hier irgendwas drinnen stehen und hier kannst du dann deinen Blogtitel reingeben. Das würde ich dir mal empfehlen, sprich wenn du zum Beispiel über Technik sprichst oder sonst irgendwas, ich schreibe heute WordPress-Blog von Nikolaus. So, daher ich mir vorbereitet habe ein paar WordPress-Themen beziehungsweise WordPress-Inhalte, die wir dann auch hochladen können. Dann gehen wir unten auf Änderungen speichern. Dazu hat sich das jetzt verändert. Hier oben, sprich der Webseitentitel wurde da auch genannt beziehungsweise umgeändert und jetzt werden wir mal grundsätzlich aufräumen und ich dir zeigen auch, wie du Aktualisierungen machst und von dem weg bauen wir dann mit unserem Tool das Ganze auf. Wenn du hier rechts oben eben so ein Aktualisierungszeichen hast, kannst du dann mal draufklicken und schauen, was denn überhaupt aktualisiert werden sollen. Normalerweise werden dann hier immer Plugins oder Themes oder Übersetzungen angezeigt, die aktualisiert werden, also die aktualisiert werden sollten. So, bei uns sind das jetzt nur Übersetzungen, die aktualisieren wir jetzt mal, aber grundsätzlich ist das natürlich auch so eine Sache. Danach können wir in die Beiträge schauen. WordPress lädt immer im Normalfall einen Hello World Beitrag rein. Den werde ich jetzt einfach mal löschen, indem ich den auswähle, hier auf oben auf die Auswahlklick, in den Papierkorb verschieben, übernehmen, dann klicke ich hier auf den Papierkorb und sage Papierkorb leeren. So, als zweites schaue ich mir die Kategorien an. Da habe ich zum Beispiel mal Uncategorized, das vor allem bei einem Blog, benenne ich immer um in Allgemein und gehe auf Kategorie aktualisieren und die Schlagwörter kann ich mir auch nochmal anschauen, ob das drinsteht, ist aber auch nichts drinnen. Die Medien, hier werden unsere Daten dann gesammelt, das heißt sprich, hier können wir unsere Medien hochladen in Form von PDFs und so weiter und so fort. Das werden wir uns alles eben im Laufe des Tutorials jetzt anschauen. Unter den Seiten sind normalerweise schon zwei Seiten vorhanden, die lösche ich aber auch in dem Moment, weil ich die immer selber per Hand anlege, einfach nur um sicher zu gehen, dass das alles passt. Hier auch wieder der gleiche Vorgang, in den Papierkorb legen, Papierkorb anklicken, Papierkorb leeren. Gut, gehen wir auch noch in die Kommentare rein, wie wir wissen ist ja WordPress ein Blogsystem auch, wenn wir es möchten und da gibt es natürlich auch Kommentare, die Kommentare lassen wir jetzt aber aus beziehungsweise werden hier auch nicht angezeigt und dadurch können wir das jetzt auch so gut sein lassen. Im Design, da ist unser Theme drinnen, ja, derzeit ist ein Standard Theme von WordPress installiert, nämlich das 2021, es gibt auch noch andere, hier kannst du einfach draufklicken und das Ganze löschen, beziehungsweise hier auch nochmal löschen und kannst jetzt auch hier sagen, Theme hinzufügen. Ich gebe dir natürlich jetzt eine Empfehlung meiner Themes, du kannst aber hier auch nach Funktionen filtern, das heißt du kannst zum Beispiel, wenn wir einen Blog heute aufbauen wollen, können wir den Filter hier anwenden und sagen, was gibt es denn für Blog Themes, kannst dir auch die Preview anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn du da draufklickst und könntest dir das auch so zu Herzen nehmen, beziehungsweise sagen, okay, das gefällt mir, das nehme ich auch gleich. Ich bin ein Freund davon, immer gleiche Teams zu nutzen, deswegen bauen wir das heute auch mit dem auf, mit dem ich dir das empfehlen würde. Dazu gehen wir eben auf Theme hinzufügen, geben hier auf den Teams Astra ein, wenn es nicht schon hier vorgeschlagen wird, aber ich gebe hier Astra ein. Astra ist aus meiner Sicht ein sehr guter Theme, was du im kostenlosen Bereich nutzen kannst, kannst aber Astra Pro nutzen, das ist ein kostenpflichtiges und ich möchte dir aber heute zeigen, wie du mal einen einfachen Blog aufbaust, beziehungsweise wie du mit dem startest. Astra funktioniert dann auch, das ist jetzt sozusagen unser Grundgerüst. Jetzt haben wir Astra installiert, jetzt können wir auch das andere Theme löschen, ich bin immer ein Freund davon, lösche alles, was du nicht benötigst. Dann haben wir mal unser Theme installiert, das ich dir dann auch gleich nochmal zeige. Bei den Plugins, dazu kommen wir jetzt gleich, was du nutzen kannst. Im Normalfall liegen vielleicht ein paar Plugins drinnen, das ist das auch, was ich immer mache. Das heißt, ich lösche mal alle Plugins hier, gleiches Prinzip wie bei den Seiten etc. Lass das Ganze löschen und gehe jetzt hier auf installieren. Was ich dir empfehlen kann, ist Elementor als, wenn man sich nicht vertippt, Elementor als Page Builder. Wir benötigen irgendwas, um unsere Inhalte zu bauen und dazu nutze ich immer zum Beispiel Elementor. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, jetzt heute für den Blogaufbau Elementor zu nutzen und die Kombination zwischen Astra und Elementor ist ziemlich stark und deswegen würde ich dir das auch empfehlen. Gehen wir jetzt hier auf aktivieren. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal unseren Aufbau bzw. unser Theme und unser Plugin installiert. Wenn wir jetzt hier auf den Blog mal gehen und entweder zur Webseite klicken oder in einem neuen Tab öffnen, je nachdem, sehen wir mal, wie das Ganze aussieht. Das heißt, das schaut noch natürlich sehr schlecht aus bzw. nicht gut. Aber wir haben jetzt einmal alles, was wir benötigen für den Anfang und werden dann nachher noch Step-by-Step einfach das Ganze aufbauen. Gut, kommen wir dazu, dass wir uns jetzt die Benutzer noch kurz anschauen. Ich habe jetzt hier zum oben steht zum Beispiel Admin. Das heißt, du kannst hier auf Profil bearbeiten gehen zum Beispiel oder hier auf das draufklicken und ich würde statt dem Spitznamen Admin, würde ich einfach Nikolaus schreiben, weil wir haben wir den Blog heute von Nikolaus bzw. den WordPress-Blog von Nikolaus und da kannst du noch ein paar Daten eingeben bzw. Profilbild erstellen. Das geht über Gravatar, das könnte man aber auch ausstellen, aber es geht einfach darum, wenn du eben als Autor auf dem Blog bist, ist es ganz gut, wenn da der Name drinnen steht. So, jetzt haben wir eigentlich alle Einstellungen getroffen. Auch in den Einstellungen gibt es natürlich noch Diskussionseinstellungen, Permalink-Einstellungen, die sind noch wichtig, aber ansonsten kannst du den Rest einmal jetzt übrig lassen bzw. den schauen wir uns dann Step-by-Step im Aufbau an. In den Permalinks, das ist im Endeffekt das, wie deine Webseite angezeigt wird. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Seiten hier zum Beispiel eine Startseite erstellen, weil eine Startseite ist im Normalfall das, was wir benötigen, dann gibst du hier den Titel ein. Dann sagst du Startseite, gehst hier auf Veröffentlichen und schaust dir die Seite, jetzt kannst du die jetzt auch mal anschauen bzw. hier einfach in der Seite erstellst, Seite ansehen klicken und dann kommst du auch auf die Startseite. Jetzt ist das hier zum Glück schon gut eingestellt, der Permalink, aber im Normalfall kann es sein, dass du unter Einstellungen und Permalinks andere Einstellungen hast. Das heißt zum Beispiel so auf einfach, da würde dann die Startseite eben nicht mehr Startseite heißen, wenn du da auf Seiten gehst und hier rechts drüber hoverst und dann auf Anschauen klickst in einem neuen Tab, dann ist die Page-ID zum Beispiel 9. Das ist keine schöne Permalink-Struktur oder keine URL-Struktur, das heißt vor allem für einen Blog, wo du willst, dass deine Inhalte gefunden werden, bitte stelle das sicher, dass das auch eingestellt ist in den Permalinks. Da kannst du noch auswählen, ob du vielleicht auch Tag, Name, Monat usw. haben willst. Was ich meistens mache, ist den Beitragsnamen oder eine individuelle Struktur legen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Kategorie, Autor, alles mit drinnen haben etc., dann kannst du dir das auch so zurechtlegen. Ansonsten würde ich dir wirklich empfehlen, einfach das mit dem Beitragsnamen zu nehmen. So, haben wir das auch eingestellt? Jetzt müssen wir natürlich in den Seiten mal kurz sagen, was wir haben wollen. Das heißt, wir haben die Startseite, wo wir dann unsere Blog-Beiträge drauf haben. Dann brauchen wir noch ein Impressum, wo du deine Daten reinschreiben solltest. Und dann würde ich dir noch empfehlen, einen Datenschutz zu machen. Datenschutz brauchen wir auf jeden Fall. Den veröffentlichen und dann hast du das auch einmal. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal die ersten Seiten erstellt, die wir dann bauen können. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Was wir jetzt dann in folgender Form machen, ist natürlich auch Beiträge zu erstellen, aber zuerst kümmern wir uns mal um das Grunddesign. Um das Grunddesign anzupassen, gehe ich in das Design und in den Customizer, beziehungsweise in die Astra-Optionen können wir reingehen. Hier zeigt er dir an, was alles möglich ist, beziehungsweise was man alles machen kann. Im Normalfall, wenn du dann hier eben draufklickst auf den Header-Bilder oder sonst irgendetwas, dann kannst du hier auch anfangen, das zu bauen, beziehungsweise so wie du das möchtest. Das heißt, wenn du hier im Customizer drinnen bist, hast du hier alle Astra-Optionen. Gehen wir die mal Step-by-Step durch. Das heißt, wir wollen uns mal die Typografie raussuchen, die Basis-Typografie und da müssen wir jetzt mal sagen, was ist denn die Basis-Typografie. Ich nehme jetzt zum Beispiel das Basis-Typografie Lato. Das kannst du nachträglich aber auch gerne noch ändern. Das heißt, du siehst auch hier schon, das wird überall in Lato geändert. Wenn du auch die Überschriften in Lato haben willst, würde ich dir auch empfehlen, einfach Lato hier einzugeben. Du kannst grundsätzlich jede Google-Schrift nutzen und kannst die Einstellungen auch mal so lassen, damit wir uns dann einfach nachher anschauen, was denn möglich ist. In zweiter Folge können wir auch Farben einstellen. Das heißt, wir können sagen, was ist die Textfarbe. Das können wir auch so lassen, was ist die Theme- und die Linkfarbe. Je nachdem, welchen Block du oder welche Farbe du hast. Ich habe zum Beispiel Rot in meinem Block. Kannst du die auch einfach hier anpassen und dann zum Beispiel diese Standardfarben in diesem Rot machen. Und dann wird auch alles dementsprechend schon angepasst. Das ist natürlich sehr angenehm bzw. auch super. Den Hintergrund der Webseite würde ich dir empfehlen, weiß zu machen. Oder du willst halt eine andere Farbe, wovon ich kein Freund bin. Ich würde es weiß machen. Dann kann es dir sicher sein, dass du immer einen cleanen Background hast. Und der Container, der ist im Endeffekt die Breite, wie groß deine Webseite ist. Das kann ich dir mal anhand meines Blogges zeigen oder meiner persönlichen Webseite. Ich habe hier immer den Container, der von hier bis nach hier geht, wie du siehst. Außer im Head-Bereich und im Fußbereich. Aber im Fußbereich habe ich auch den Container. Das heißt, es schließt eigentlich alles hier an der Seite ab, wie du siehst. Das ist der Container sozusagen, diese Breite. Das sind jetzt bei mir glaube ich auch 1200 oder 1300 Pixel. Die könntest du dann noch erweitern. Die kannst du mal so drinnen lassen. Und ich würde dir empfehlen, volle Breite zu nutzen, das Layout mit Inhalt begrenzt. Das heißt, das ist so wie bei mir. Es kann über die volle Breite gehen, aber der Inhalt ist auf den Container begrenzt. Genau. Den Rest lassen wir jetzt mal so, weil da würden wir dann nochmal reinkommen. Auch die Buttons kannst du dann noch ändern. Das würde ich jetzt auch mal so lassen. Genau. Kommen wir jetzt mal zum Header-Bilder. Das ist die spannendste Sache. Das heißt, du kannst hier vom Design her einiges ändern, beziehungsweise auch hier unten Einstellungen treffen, beziehungsweise auch Widgets hinzufügen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das primäre Menü, das müssen wir dann noch anlegen und die Side-Identity und das Logo. Dazu klicken wir da mal drauf und sagen auch, wir müssen jetzt ein Logo festlegen. Ich habe jetzt mein Logo hier schon mal vorbereitet. Das kannst du einfach hier nehmen und drüberziehen, beziehungsweise eben auswählen und dann auch hochladen. So, da sage ich Zuschneiden, Überspringen. Und jetzt sieht man hier oben, wird das Logo angezeigt. Den Webseitentitel möchte ich gar nicht da drauf haben. Das heißt, ich lasse das ja da hier jetzt auch mal aus. Dann kannst du auch nochmal die Logo-Breite hier verschieben oder auch sagen, es soll mehr oder weniger sein, wenn du es kleiner haben willst. Ich möchte es zum Beispiel jetzt nur auf 120 haben. Und damit haben wir jetzt mal links das Logo. Und du kannst auch nochmal ein Webseiten-Icon, das ist hier oben dieses, statt WordPress haben. Hier können wir auch eins auswählen. Dazu nehme ich jetzt mal mich einfach als Person. Beim Webseiten-Logo ist es immer gut, wenn es eben im Quadrat ist. Du siehst es auch hier in der Ansicht, dass dieses als App-Icon dann auch passend ist. Kannst du entweder einen Teil deines Logos nehmen oder eben auch einfach eins designen. Und jetzt sehen wir hier links oben auch schon, dass das Favicon oder eben das Webseiten-Icon auch schon verändert wurde. Genau. Du kannst dann hier eben in den Webseiten-Bilder nochmal reingehen und zum Beispiel in der zweiten Reihe noch etwas hinzufügen, wenn du möchtest. Oder du sagst, ich möchte auch nochmal die Social-Icons haben, was man oftmals in einem Blog hat, weil du vielleicht noch ein Instagram oder so weiter hast. Dann kannst du hier auch einfach draufklicken und kannst auch sagen, was für Icons du haben möchtest. Klickst da drauf, klickst nochmal drauf und sagst dann auch die URL dazu. Also zum Beispiel bei einer Mail wäre es Mail to Office, also oder Hello at Nikolaus-Kolva.com. Instagram, da gibst du dann halt ein Instagram.com slash, wie es auch immer heißt. Das kannst du einfach kopieren. Genau. Und dann hast du hier auch nochmal zum Beispiel Social-Icons. Du kannst das Design von denen auch nochmal hier anpassen. Das heißt, wie groß soll das Ganze sein, wie weit sollen die auseinander liegen, wie groß soll das Spacing Around sein. Das kannst du aber auch hier rechts oben immer resetten. Und du kannst die Icon-Color auch festlegen. Das heißt, du kannst sagen, das soll zum Beispiel nicht so stark sein und die Hintergrundfarbe soll weiß sein und Label-Color, falls einer dabei ist, kann ein gewisses Rot sein, was wir eingestellt haben oder auch nicht. So, das heißt, wir haben den Head-Bereich jetzt auch schon mal gut angepasst. Wichtig ist oder interessant ist auch, dass du eben hier direkt unten dir auch die mobile Variante des Ganzen anschauen kannst. Das heißt, der zeigt dir dann hier auch die mobile Variante und du kannst hier auch nochmal auf die Site-Identity klicken und kannst hier auch nochmal den Webseiten-Titel bzw. das ausschalten, weil das nur im mobilen Bereich ist. Und du kannst hier auch mal draufklicken, um zu sehen, wie das denn ausschaut. Off-Canvas-Menü gibt es auch. Das heißt, du kannst auch hier das Menü dann auch nochmal hier konfigurieren. Das könnten wir uns dann nachher nochmal anschauen. Aber du siehst, wie das auch nochmal im mobilen bzw. hier auch im Tablet-Bereich ausschaut. Zum Beispiel im Tablet-Bereich haben wir auch nochmal den Titel drinnen, den schalten wir da auch nochmal aus. Dann sieht das jetzt schon mal clean aus und funktioniert sehr gut. Gut, damit haben wir unseren Header einmal installiert bzw. erstellt mit Astra. Dann kann man noch über Breadcrumbs reden bzw. auch über den Blog, wie der ausschaut bzw. wie diese Bilder aussehen. Das zeige ich euch dann auch nochmal. Und die Seitenleiste, was dann drinnen ist, das ist auch hier. Dazu werden wir aber dann Step-by-Step das machen. Was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir den Footer hier auch uns nochmal anschauen. Hier ist das gleiche Prinzip im Endeffekt wie auch im Header-Bereich. Das heißt, du kannst Widgets hinzufügen. Du kannst auch hier mehrere Zeilen reinmachen. Zum Beispiel hier könnten wir dann noch einmal Widget 1 reingeben. Und das Widget, wenn wir das hier aussuchen und auf Verstanden klicken, können wir hier einen Blog hinzufügen und können auch sagen, da wollen wir dann nochmal irgendwas reingeben. Zum Beispiel, dass man einen Blog einbettet oder sonst irgendetwas. Das zeige ich dir dann nochmal. Was ich jetzt machen würde, ist nur das Copyright anpassen. Das heißt, ich würde einfach diesen letzten Part hier wegnehmen. Dann hast du hier ein cleanes Copyright drinnen. Und was wir hier auch nochmal machen können, ist, wenn wir auf Einstellungen gehen, würde ich auch auf zwei Columns gehen. Das Copyright, wenn wir das anklicken, auch sagen, es ist links. Und dann hier rechts würde ich nochmal ein Footer-Menü reingeben. Und auf das Footer-Menü draufklicken und dieses rechts machen. Da geben wir nämlich dann das Impressum und Datenschutz drauf. Das geben wir nämlich als nächstes durch, damit wir auch die Menüs richtig haben. Gehen wir hier nochmal auf Veröffentlichen und damit haben wir jetzt mal die Grundeinstellungen beziehungsweise das Grunddesign des Header-Bereichs etc. festgelegt. Was wir jetzt aber noch haben, weil wir kein Menü zurechtgelegt haben, ist natürlich da oben, dass Datenschutz, Impressum und Startseite drin ist. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir werden uns mal ein Hauptmenü erstellen und ein rechtliches Menü, wie ich es immer nenne. Dazu gehen wir im Dashboard unter Design und Menüs, gehen wir hier nochmal eben auf Menüs und erstellen jetzt mal hier das Rechtliches und gehen hier rechts unten auf Menü erstellen. Dann gehe ich hier auf Impressum und Datenschutz, wähle das aus und gebe auf Hinzufügen und sage hier dann auch Menü speichern. Dem gebe ich jetzt aber auch nochmal die Position. Die Position im Menü hier unten ist nämlich das, wo er sich hinlegen soll. Das heißt, ich gebe hier das jetzt das Futtermenü an, gehe jetzt hier auf Menü speichern und das können wir uns auch gleich anschauen, ob das funktioniert, indem wir jetzt nochmal auf unseren Blog gehen, den zum Beispiel aktualisieren und hier unten sehen wir jetzt auch schon Impressum und Datenschutz. Das heißt, das funktioniert auch schon wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch unser Hauptmenü erstellen. Unser Hauptmenü wird halt derzeit etwas leer sein. Dazu gehen wir jetzt hier nochmal auf Erstelle ein neues Menü. Das nenne ich immer Hauptmenü. Auf Menü erstellen und hier gebe ich jetzt mal die Startseite hinein. Dazu werden wir nachher nämlich dann noch einfach die Kategorien des Blogs hinzufügen beziehungsweise wie wir den Blog dann aufbauen. Genau, das mal zu dem. Jetzt haben wir eine Startseite, das können wir jetzt auch nochmal als primäres Menü nicht vergessen zu definieren und wir können auch noch Off-Canvas-Menü da gleich hinzufügen, weil das ist eine Funktion von Astra, die wir uns dann gleich anschauen können. So, jetzt auch hier nochmal gerne überprüfen, aktualisieren und jetzt sehen wir auch hier nochmal die Startseite drinnen. Das heißt, das funktioniert jetzt schon mal alles. Jetzt brauchen wir natürlich, jetzt haben wir die Startseite Impressum, Datenschutz, jetzt brauchen wir aber natürlich auch noch eine Blogseite. Das heißt, das was wir hier machen ist unter Seiten, Erstellen und das nennen wir jetzt auch hier nochmal Blog. Gehen hier auf Veröffentlichen, wunderbar und gehen jetzt nochmal zurück in das Dashboard hier, auf die Einstellungen und Lesen. Hier geben wir dann nämlich ein, deine Homepage zeigt und da geben wir ein, eine statische Seite. Da definiere ich nämlich jetzt als Homepage die Startseite und als Beitragsseite die Blogseite. Da geht es einfach nur darum, dass wir dem System sagen, hey, das ist meine Startseite, das ist meine Blogseite. Wieso? Denn derzeit würden einfach nur die letzten Posts auf der Homepage dargestellt werden, was du auch haben könntest, aber muss nicht sein. Ich möchte aber die Startseite einfach als, wie soll ich sagen, als Einleitung sozusagen für die Webseite nutzen und dann den Blog nochmal extra herzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren gehe, sehen wir jetzt hier die Startseite und die Blogseite kommt jetzt gar nicht auf. Die können wir jetzt aber dann gleich auch nochmal hinzufügen, indem wir nochmal ins Dashboard gehen, unter Design und Menüs und hier auch noch einmal alle Anzeigen klicken und dann nochmal auf die Blogseite gehen und hier sehen wir dann die Beitragsseite. Menü speichern. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen und hier auf Aktualisieren gehen, dann haben wir hier jetzt unsere Blogseite. Natürlich ist das noch alles leer, deswegen kümmern wir uns jetzt zuerst einmal um die Startseite, dann erstellen wir Blogbeiträge und dann um das Design des Blogges beziehungsweise zeige ich dir auch nochmal, wie man Kategorien und so weiter hinterlegt. So, gehen wir jetzt nochmal auf unser Dashboard, gehen auf die Seiten und auf die Startseite. Hier können wir nämlich hier rechts oben jetzt darauf klicken, mit Elementor bearbeiten. Wichtig ist, dass wir noch eine Sache im Hinterkopf haben, nämlich wir haben hier sogenannte Templates auf der Seite beziehungsweise haben wir die Möglichkeit, hier unten auch nochmal Astra-Einstellungen zu treffen. Wieso sage ich das? Weil eben jetzt zum Beispiel auf der Startseite, wenn wir uns hier die Vorschau anklicken und in einem neuen Tab werden wir sehen, haben wir jetzt zum Beispiel hier eine Sidebar oder die Seitenleiste, die ich ja gar nicht haben möchte. Das heißt, da muss ich jetzt hier treffen, das Template kannst du eigentlich so lassen oder du nimmst das Theme-Template. Es gibt auch zwei Templates von Elementor. Elementor Canvas ist im Endeffekt komplett leer. Das können wir uns mal anschauen, wenn ich da drauf klicke und jetzt nochmal auf die Startseite gehe, ist das komplett leer. Ich sehe gar nichts mehr, weil dieses Canvas alles ausstellt, was es da gibt. Das musst du aber nicht machen beziehungsweise kannst du eben über Astra steuern. Das heißt, wir gehen nochmal zurück auf die Einstellungen, sagen hier Standard Template und stellen hier unten ein, was wir denn haben wollen. Wollen wir zum Beispiel auf der Seite eine Seitenleiste? Nein, weil das ist die Startseite. Die Seitenleiste wollen wir dann nur beim Blog haben. Inhaltslayout, haben wir schon gesagt, ist volle Breite und Inhalt begrenzt. Im Normalfall nimmt er eben die Einstellung, die wir vorher eingestellt haben. Das heißt, die kannst du so lassen. Was ich aber deaktivieren möchte, ist den Titel. Ich möchte nicht, dass Startseite, also wir können das jetzt mal hier nochmal aktualisieren und nochmal die Startseite auch aktualisieren. Jetzt sehen wir hier, ist keine Seitenleiste mehr vorhanden, aber der Titel ist noch vorhanden. Dann klicke ich noch zurück und sage auch hier Titel deaktivieren, aktualisieren und sage auch hier aktualisieren und jetzt haben wir eine leere Seite im Endeffekt. Das heißt, über das kannst du immer die Unterseite steuern. Diese Einstellungen sind ganz wichtig und den Rest kannst du dabei mal so lassen beziehungsweise Diskussion, wäre nur, ob du Kommentare erlauben möchtest. Das Beitragsbild ist im Endeffekt nur ein Bild, wenn du, das ist jetzt hier auf der Startseite, hat keine Relevanz. Der Permalink, das zeigt einfach nur, wie ist das. Also der Permalink ist ja Slash Blog und so weiter. Der ist auf der Startseite jetzt einfach deine URL und das Template haben wir schon besprochen. Genau, wenn wir das jetzt haben, können wir hier auf Elementor bearbeiten gehen und Elementor bietet uns jetzt mehrere Möglichkeiten hier an, etwas zu machen. Wenn du Elementor noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, wirklich mein Anfänger-Tutorial für Elementor anzuschauen, vor allem was die Pro-Version und die Nicht-Pro-Version kann. Heute möchte ich mich nämlich eher auf den Blog-Aspekt legen und nicht ganz nur auf Elementor. Aber grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten bei Elementor. Entweder du baust alles selber oder du nimmst auch noch Templates. Dazu kannst du hier entweder rechts auf diese Templates hier klicken und kannst hier zum Beispiel eingeben Homepage oder was auch immer, zum Beispiel Beauty-Salon oder du gibst einfach einen Blog, wenn du einen Blog machen willst und hast hier zum Beispiel die Blog-Page. Wichtig hierbei ist eben nur, dass du nicht die Pro-Version hast, beziehungsweise wir heute die kostenlose Version nehmen. Das heißt, du kannst nur Dinge nehmen, wo nicht hier rechts oben dieses Blog drauf ist. Aber du könntest zum Beispiel eine Homepage nehmen, die halbwegs in Ordnung ist und auch for free ist. Dazu schauen wir mal Home. Schauen wir mal, was es da gibt. Also du kannst rechts oben einfach den Begriff eingeben und dir dann etwas raussuchen, was vielleicht ganz gut ist. Fitness Homepage. Vielleicht machen wir heute einen Fitness-Blog oder du willst einen Fitness-Blog machen. Oder du nimmst, was auch gut passen würde, weil das ja ein persönlicher Blog ist. Du gibst ein About und dann kommen About-Pages und dann können wir hier irgendwo eine persönliche Page suchen, die vielleicht passend ist. Das zum Beispiel. Das schaut ganz gut aus. Das sage ich jetzt zum Beispiel einfügen. Hier musst du dich jetzt mit der Bibliothek verbinden. Da fragt er dich einfach nur, okay, logg dich bitte ein oder stell dir einen Account. Ich habe schon einen Elemento-Account, aber du kannst dir einfach einen kostenlosen Account erstellen. Da geht es nur darum, dass du einen Account hast und das auch sagt, okay, ich verbinde dich jetzt damit, dass du auch auf die Templates zugreifen kannst. Und hier fragt er mich jetzt, möchtest du die Seiteneinstellungen des Templates importieren? Da sage ich immer nein, zur Sicherheit, weil sonst übernimmt er vielleicht irgendwelche Einstellungen, die mir nicht passen. Und jetzt haben wir auch schon hier die richtigen Einstellungen beziehungsweise dieses Format. Wichtig hierbei ist auch im Kopf zu behalten, dass diese Elemente, die hier da reingeladen werden, die Leder jetzt da hier rein, die müssen wir nachträglich löschen. Aber wir können jetzt anfangen, das eben für uns auszuführen. Das heißt, wir klicken da rein und schreiben zum Beispiel in Nikolaus, also der WordPress-Blog von Nikolaus. Und dieses Bild klicke ich jetzt an und nehme jetzt hier zum Beispiel mein Bild. Wichtig ist jetzt hier auch noch mal zu wissen, die Schrift ist ja nicht die gleiche, die wir eingestellt haben. Dafür gehen wir in den Stil und klicken hier jetzt mal auf Reset. Dann nimmt er im Normalfall den Stil, den wir haben oder als Primär angelegt haben, an. Beziehungsweise wie das bei Elementor funktioniert, gehen wir hier in die Webseiteneinstellungen und also hier links oben klicken wir auf diese drei Symbole. Dann gehen wir auf die Webseiteneinstellungen und auch hier sind eben globale Farben drinnen. Das heißt, die primäre Farbe war ja dieses Rot, das wir hatten. Sekundäre Farbe, das passt. Und ein Accent, das nehmen wir auch in diesem Rot. Wir müssen nur schauen, dass wir das gleiche Rot haben. Da bitte eben vorab schauen, dass du dir eine Farbe genommen hast eben oder dass du auch einen Color Sampler nimmst. Das heißt, du kannst hier dir auch die Farbe rausnehmen aus einem Bild. Das gibt es jetzt seit der letzten Version. Das mache ich jetzt hier in dem Fall auf jeden Fall. So. Genau. Das heißt, die Farben haben wir mal angelegt und jetzt kannst du aber auch noch die globale Schriftart eben einstellen. Primär ist eben Roboto. Da würde ich jetzt eben überall, haben wir gesagt, ja Lato wollen wir nutzen. Astra nimmt das nämlich für einige Aspekte, aber auch Elementor nimmt das für einige Aspekte. Man ist auf jeden Fall sicher, wenn man beides einfach in der richtigen Form einstellt. Das heißt, ich stelle einfach überall Lato ein. Text soll auch Lato sein. Das soll auch Lato sein. So. Das können wir jetzt mal speichern hier rechts unten. Gehen wir zurück und gehen noch auf die Typografie. Wobei hier nimmt er eh die Vorgabe. Das heißt, das sollte passen. Genau. Ja, diese Webseiteneinstellung kannst du treffen. Wie gesagt, wenn du da nochmal genauer reinschauen möchtest, schau bitte gerne in mein Elementor Tutorial rein. Dann hier können wir das jetzt speichern und gehen aus den Webseiteneinstellungen mal raus. Wie gesagt, die Texte hier musst du auf Stil dann nochmal zurücksetzen, ja, dass das einfach alles im gleichen Stil ist. Text so primär. Und den Rest können wir jetzt auch mal löschen. Das ist jetzt nur so die Startseite. Und da unten machen wir dann noch, können wir dann noch Blog oder Post. Genau. Da könnten wir dann noch Posts hinterlegen, wenn wir ein Pro-Widget hätten, was wir jetzt nicht haben. Aber das könnte man in der Pro-Version, dazu wird es auch nochmal ein Story geben, könnten wir hier dann nochmal die aktuellsten Beiträge herzeigen. Ich schaue jetzt mal kurz, ob von Astra da was vorhanden ist, aber ich glaube leider auch nicht. Genau. Aber du kannst die Startseite mal erklären, ja, was schreibst du in diesem Blog und so weiter und so fort. Und dann kümmern wir uns jetzt auch dann schon um die Blogseite. Ja, hier kannst du natürlich unten nochmal mehr hinzufügen, auch sagen, okay, ich mache hier noch eine Zweiaufteilung und mache noch ein Bild rein und eine Überschrift und einen Button, ja, und schreibst da alles rein, was du benötigst. Das wäre nochmal eine andere Möglichkeit. Wie gesagt, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Wir bleiben jetzt mal bei dem. So, genau. Jetzt haben wir das mal die Einstellung getroffen. Jetzt müssen wir uns natürlich die Blog-Einstellungen noch anschauen beziehungsweise zuerst einmal Beiträge erstellen. Bei den Beiträgen ist jetzt ganz wichtig, hier würde ich mir zuerst die Kategorien anschauen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel allgemeine Kategorien und dann musst du dir überlegen, welche Themen du denn auch platzieren möchtest, weil durch die Kategorien kannst du sehr gut steuern, wie dein Blog dann aussieht beziehungsweise wo welche Blog-Kategorien aufkommen, ja. Und genau, machen wir das mal so. Wir haben jetzt zum Beispiel WordPress, ja, würde ich als Kategorie nehmen, weil ich mache ja den Blog über WordPress und dann könnte ich aber noch ein Unterding machen mit Themes und das ist die übergeordnete Kategorie über WordPress und was ich zum Beispiel auch habe, sind Plugins. Da ist auch die Überkategorie WordPress und dann könnte ich noch zum Beispiel Marketing, ja, machen und könnte das da auch alles so reingeben. Da geht es nur darum, dass ich dann den Blog-Beitrag eben auch dementsprechend, ja, steuern kann beziehungsweise einteilen kann. Gehen wir mal auf alle Beiträge. Hier kannst du einfach einen Blog-Beitrag erstellen. Hier würde ich eben einen Titel eingeben. Ich habe mir da jetzt was von meinen Videos einfach zum Beispiel genommen One-Page-Webseite mit Elementor erstellen. Ja, dieses Video gibt es auch tatsächlich und das ist mal der Titel. Dann zusätzlich dazu kann ich jetzt in die Kategorien reingehen. Hier sage ich dann zum Beispiel, das ist WordPress und Themes oder Plugins. Ich kann auch eine neue Kategorie erstellen, zum Beispiel, weil das jetzt Elementor ist, ja, würde ich das in die Kategorie Plugins geben und die neue Kategorie erstellen. Und das Beitragsbild, das ist eben das, was da noch angezeigt wird. Hier nehme ich natürlich das, was ich mir rausgesucht habe. Ich sage auch ihr, das ist das Beitragsbild. Bitte das richtig benennen, also zum Beispiel jetzt One-Page-Webseite-Elementor erstellen. Auch das kannst du in den Alternativtext hier reingeben, einfach zur Sicherheit so, dass das passend ist und sagst, Beitragsbild festlegen. Jetzt können wir das Ganze mal veröffentlichen und uns auch dann anschauen, wie das Ganze aussieht. Beitrag ansehen. Und so würde das jetzt aussehen. Ja, da können wir dann gleich aber noch den Stil auch noch etwas ändern. Das ist jetzt nur mal das Erste, dass das hier jetzt mal aufkommt. Als zweites kannst du dich jetzt entscheiden, wenn du den Beitrag eben bearbeiten möchtest, ob du hier jetzt mit dem Gutenberg-Editor das machst oder wie wir mit Elementor. Das heißt, ich sage jetzt hier mit Elementor bearbeiten, wie auch bei der Startseite schon. Und nun kannst du dann auch den Inhalt dieses Beitrages selber bauen. Das heißt, hier schreibe ich dann zum Beispiel einen Text rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel irgendwo ein Lorem X-Um Texte. Schreibe ich da rein. Dann mache ich noch ein Feld mit zwei Sachen. Hier gebe ich dann zum Beispiel noch ein Bild rein und rechts einen Button. Und dieses Bild ist zum Beispiel, ich weiß es nicht, das bin jetzt nochmal ich. So, und hier klicken, ja, wie auch immer. Das heißt, du kannst dir deinen Inhalt festlegen. Das, was du eben nicht machen kannst, ist das obere bearbeiten und das untere mit Kommentaren. Du könntest natürlich Kommentare auch deaktivieren. Das kann ich dir dann auch noch zeigen. Aber wie gesagt, in einem Blog-Beitrag oder bei Blogs ist es eigentlich gut so, wenn das so ist. Genau, gehen wir noch auf Elementor verlassen. Erstellen wir noch einen zweiten oder einen dritten Blog-Beitrag. Das heißt, wir gehen nochmal auf Beiträge, erstellen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, soll ich hier noch schneller mit Elementor arbeiten? Hier auch wieder nicht vergessen, Kategorie auswählen. Das heißt, hier haben wir Plugins, WordPress, soll auch im Allgemeinen drinnen sein, Elementor. Dann das Beitragsbild, da gebe ich das Beitragsbild rein und fertig. Am besten ist es, wenn du auch die Beitragsbilder, sag ich jetzt mal, in gleicher Größe hast. Bei mir ist es nämlich zum Beispiel der Fall, dass hier das Beitragsbild nicht das gleiche ist wie das hier. Das heißt, das wird dann auch etwas komisch ausschauen. Was wir jetzt aber auch überprüfen können, ist, wir können jetzt nochmal diesen Beitrag hier bearbeiten und machen das gleiche nochmal wie vorher. Das heißt, wir geben hier auch nochmal hinzu, den Text haben wir gehabt. Können wir da einfach reinziehen und auch nochmal diesen Text da reingeben und die Inhalte bauen, wie du das möchtest. Gehen da jetzt auch nochmal auf Speichern. Du kannst auch hier natürlich in dem Responsive-Modus dir anschauen, wie das Ganze aussieht, sollte aber grundsätzlich kein Problem sein. Genau, das ist jetzt mal, dass wir zwei Beiträge haben. So, jetzt können wir nämlich auf unsere Startseite gehen, indem du ins Dashboard gehst und hier einfach auf zur Webseite gehst oder die Webseite aufrufst und können hier auch nochmal auf Blog gehen. Denn jetzt werden wir hier sehen, sind unsere Blogbeiträge hier schon angezeigt. Jetzt wollen wir aber vielleicht, dass das die Spur anders aussieht. Das heißt, wie ist der ganze Aufbau etc. Und dazu müssen wir nochmal in die Astra-Einstellungen rein. Das heißt, du kannst entweder hier links oben in den Customizer klicken oder du gehst eben ins Dashboard unter Design und Customizer, je nachdem, du kommst auf mehreren Wegen dorthin und sagst jetzt auch hier, ich möchte den Blog und das Blog Archiv designen. Das heißt, ich klicke jetzt hier nochmal auf den Blog und ich sage jetzt hier, das soll benutzerdefiniert sein. Das heißt, willst du zum Beispiel das Beitragsbild überhaupt zeigen? Ja oder nein? Das kannst du hier auswählen. Ebenfalls kannst du dann Blog Title und Blog Meta einfügen oder auch nicht einfügen. Dementsprechend würde das dann so aussehen, wobei ich dir empfehlen würde, dass das auf jeden Fall drinnen bleibt. Diese Metadaten sind eben diese hier drinnen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte nur das Veröffentlichungsdatum und ich möchte aber nicht sehen, ob die Kommentare da drinnen sind. Das heißt, man sieht, das ist in allgemeinen Elementor und Plugins in WordPress von Nikolaus geschrieben und wurde am Juli 22.21 zum Beispiel geschrieben. So, ebenfalls kannst du noch sagen, soll der gesamte Inhalt des Beitrages sein oder nur der Textauszug. Das ist jetzt die Sache. Genau, so sieht das jetzt aus. Ich meine, das Design, da kannst du jetzt nur noch sagen, dass du vielleicht, dass der Archivtitel kleiner sein soll beziehungsweise generell das kleiner sein soll und der Post-Title-Fond auch die Spur kleiner sein soll. Das kannst du einstellen. Mehr kannst du bei Astra jetzt derzeit nicht einstellen. Aber ich glaube, für den Anfang sollte das mal reichen. Wenn du dann eben noch mehr aussehen haben möchtest, dann kannst du dir das Pro nehmen. Da siehst du dann eh auch immer, was für Möglichkeiten das gibt. Da gibt es Blog-Layouts, Seiten-Layouts und so weiter und so fort. Oder du machst dann eben mit Elementor Pro noch mehr und baust dir die Blog-Seite selber. Dazu kommt auch nochmal irgendwann ein Tutorial. Heute möchte ich dir wirklich nur zeigen, wie du startest und einmal wirklich da Gas gibst, indem du das einfach bauen kannst. Jetzt haben wir ja das Blog-Archiv gemacht. Was noch interessant ist, ist, wenn wir auf den Einzelbeitrag klicken, wie der aussieht. Dazu können wir eben hier den Einzelbeitrag und auch hier können wir sagen, soll der überhaupt ein Beitragsbild sein? Ja und nein. Nein, soll da eben Title Blog-Meter sein? Ja oder nein? Und hier zum Beispiel nochmal die Kommentare wegnehmen. Da brauchen wir auch nicht mehr die Kategorie und da brauche ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr den Autor. Das heißt, ich nehme das da einfach komplett weg. Genau. Und dann funktioniert das auch schon. Du kannst eben auch benutzerdefiniert machen, wenn du nochmal was anderes machen möchtest. Und du kannst auch nochmal Related Posts enablen, sprich, wie schauen die aus? Das heißt zum Beispiel, ich nenne das Ganze ähnliche Beiträge und da werden dann ähnliche Beiträge aus der Kategorie dort oder aus einer ähnlichen Kategorie angezeigt, was natürlich sehr cool ist. Auch hier kannst du wieder den gleichen Spaß machen wie vorher. Das heißt, du kannst auch hier einfach Auto und alles ausschalten und möchtest nur den Titel zum Beispiel haben und du kannst auch nochmal sagen, dass da ein bisschen was von dem Anfang des Blog-Beitrages auch gezeigt werden sollte. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das auf jeden Fall gut ist. Genau, damit haben wir unseren Blog eben und die, also unsere Blog-Hauptseite und auch die Blog- und einen Einzelbeitrag sozusagen gestylt. Was ich dir jetzt noch empfehlen würde, ist, dass wir gleich auch nochmal die Seitenleiste hier anpassen. Das heißt, wir gehen hier auf die Seitenleiste und gehen dann hier einfach auf, du kannst einfach hier draufklicken beziehungsweise siehst du dann auch die Hauptleiste hier, wenn du unter Widgets gehst, gehst du auf Hauptseitenleiste und da sind diese ganzen Labels drinnen. Zum Beispiel, das möchte ich gar nicht haben, das heißt, ich kann hier den Blog entfernen. Recent Posts möchte ich haben, aber das nenne ich letzte, so, das heißt, das nenne ich jetzt letzte Beiträge. So, dann haben wir hier noch Recent Comments, da klicke ich auf Blog entfernen und die Archives, das möchte ich auch nicht haben, da gehe ich auch weg und die Kategorien, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Blog-Kategorien, dass man da einmal reinklickt oder du kannst es auch einfach löschen und dann hier unten auch nochmal einen Blog hinzufügen, je nachdem, was du willst. Zum Beispiel, du kannst auf alle durchsuchen gehen und hast hier diese ganzen Möglichkeiten, die du da einbinden kannst. Also, du kannst eine Liste machen, du kannst einen Vers machen, ein Zitat machen, Vers schreiben, heute ist es so toll, weil ich meinen Blog habe. Das können wir da zum Beispiel reingeben. Dann, was könnten wir noch reingeben? Eine Tabelle kann man reingeben, ein Bild, du kannst zum Beispiel nochmal ein Bild von dir reingeben oder die Mediathek nutzen da und sagst, du gibst hier nochmal ein Bild von dir rein. Da ist dann ein Wiedererkennungswert nochmal drinnen. Genau, und das kannst du dann, die Seitenleiste kannst du so anpassen, wie du möchtest. Sollte die Seitenleiste generell zu groß sein, wie gesagt, es wirkt vielleicht hier jetzt auch nur so groß, weil ich habe, normalerweise sieht es dann so aus. Ich habe das ein bisschen größer gemacht, damit du auch alles nachvollziehen kannst. Deswegen habe ich das auf 150% gestellt. Aber du könntest die Seitenleiste auch nochmal sagen, es sollen nur zum Beispiel 20% sein oder sogar noch mehr. Aber 30% ist gang und gäbe und genau im mobilen Bereich hast du dann das Aussehen, so wie es ist. Nur unten hast du dann noch die Seitenleiste drinnen. So, und damit haben wir auch schon mal die gröbsten Einstellungen getroffen. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf unseren Blog gehen, haben wir hier jetzt mal die Startseite, wo wir kurz eine Erklärung haben. Wenn wir dann auf Blog gehen, dann kommen wir auch zu den Blogbeiträgen und können hier den Blog schreiben, sehen hier die letzten Beiträge, sehen hier auch ähnliche Beiträge. Das schaut schon mal aus meiner Sicht sehr clean und gut aus. Was ich dir jetzt noch empfehlen würde, ist, dass wir uns das Menü nochmal zur Hand nehmen, weil ich möchte nochmal zeigen, wie du auch Kategorien verlinken kannst. Das heißt, wenn wir hier auf WordPress Blog gehen und dann unter Design und Menüs, kannst du hier jetzt auch nochmal nämlich etwas aktivieren. Indem du hier rechts oben auf Ansicht anpassen gehst, und hier auch nochmal Schlagwörter reingibst und Linkziel kannst du auch gleich aktivieren. Und damit könntest du jetzt hier nämlich noch Kategorien und Schlagwörter auch hinzunehmen. Kategorien nämlich deswegen, weil im Normalfall bei einem Blog ist es sehr interessant, wenn du eben alle Kategorien deines Blogges auch hier mit einfügst. Entweder kannst du dann nehmen hier allgemein oder das ist im Endeffekt ein Blog. Dann kannst du sagen WordPress, unter WordPress kommt dann Plugins und Themes und unter Plugins kommt noch Elementor. So würde dann die derzeitige Auswahl ausschauen. Ich würde auch die Startseite entfernen. Startseite finde ich jetzt nicht so cool, immer da im Menü zu haben. So, und wenn wir jetzt da drauf gehen, dann haben wir jetzt hier unseren Blog allgemein. Den kannst du entweder lassen oder eben wenn du auf Allgemein klickst, ist das die Kategorie Allgemein. Oder wenn du jetzt auf WordPress gehst, das funktioniert auch alles schon, deswegen haben wir Astro installiert, kannst du hier auf Elementor gehen und dann zeigt dir alles von Elementor an. Beziehungsweise, wir haben ja auch bei Themes, glaube ich, haben wir nur eine Sache gehabt, genau. Und bei Allgemein haben wir auch nur eine Sache gehabt. Ja, also das heißt, so kannst du das steuern. Was ich dir jetzt empfehlen würde, grundsätzlich noch, ist, dass wir da oben die Kategorie umbenennen. Das heißt, das ist jetzt Kategorie Allgemein. Wenn wir auf WordPress gehen, steht da Kategorie WordPress. Dazu würde ich in die Permalinks nochmal reingehen, Einstellungen, Permalinks. Und hier kannst du die Kategorie Basis eingeben. Und hier würde ich dir einfach empfehlen, Kategorie einzugeben. Und bei Schlagwort, Schlagwort. So, dann speichere das ab. Speichere es am besten zweimal ab. Einfach nur so zur Sicherheit. Und wenn wir jetzt nämlich nochmal auf die Seite gehen und auf Allgemein gehen, müssen wir jetzt mal kurz schauen, ob er das dann gleich auch nochmal versteht. Genau. Jetzt steht nämlich hier Kategorie WordPress Plugins Elementor. Das heißt, das ist schon mal besser. Aus meiner Sicht zumindest. Und die Einzelbeiträge sind dann nämlich auch immer ohne Kategorie. Das heißt, die sind einfach in einem geschrieben. Da ist eben jetzt die Sache, wenn du hier eine andere URL-Struktur willst, müsstest du entweder eben mit anderen Formaten hier arbeiten oder eben sagen, ich möchte eine individuelle Struktur. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch immer die Kategorie einfügen. Und könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den Post nehmen. Also ich möchte die Kategorie dann den Post nehmen. Ich möchte auch noch den Autor drinnen haben. Speichere es das jetzt auch nochmal ab. So, und wenn ich jetzt nochmal mir das Ganze anschaue, Kategorie Allgemein, jetzt gehe ich da drauf, ist zum Beispiel schneller mit Elementor arbeiten, Admin Allgemein. Admin deswegen, weil der Benutzer grundsätzlich Admin heißt, beziehungsweise der Admin-Benutzer ist. Das heißt, da musst du schauen, dass du hier entweder den Autor da umbenennst, beziehungsweise einen neuen Benutzer erstellst, damit das auch passt. Wie gesagt, ich würde dir empfehlen Beitragsname. Und wenn du bei Beitragsname nicht sicher bist, dann vielleicht noch mit Jahr und Datum. Das wird vielleicht interessant in der Zukunft, je nachdem, wie viel du schreiben möchtest. Aber ansonsten ist das schon eine relativ gute Struktur und kannst du auch dann so nutzen. Das heißt, du siehst jetzt, ich habe dir unter Anführungszeichen relativ flott beigebracht, wie du schnell mal einen Block zusammenstellen kannst. Wenn du hier an Grenzen stößt, dann schau dir in Zukunft das weitere Video an, was kommen wird. Da werde ich dir nämlich zeigen, wie du zum Beispiel mit Elementor Pro einen komplett eigenen Block bauen kannst, der dann zum Beispiel so wie meiner aufgebaut ist. Sprich, du hast da alles selber designt, da schaut alles so aus, wie du das möchtest, beziehungsweise da hast du auch mehr Möglichkeiten. Im kostenlosen Bereich ist halt natürlich immer die Sache die, da ist es auch so, dass die Firmen natürlich, die diese Themes und Plugins erstellt haben, auch dementsprechend natürlich ein bisschen etwas davon haben wollen. Und deswegen gibt es da auch immer eine Pro-Version, aber aus meiner Sicht sollen ja bei einem Blog die Inhalte sprechen. Und deswegen finde ich Astra in Kombination mit Elementor relativ cool. Ja, ich hoffe, du konntest ein Video mitnehmen, wie du schnell und einfach und auch relativ kostengünstig einen Blog erstellen kannst mit WordPress. Solltest du dazu Fragen haben, wie gewohnt einfach gerne in die Kommentare schreiben. Im Normalfall schaue ich, dass ich die alle beantworte oder dann noch Folgevideos dazu mache. Wie gesagt, das war ein sehr Basic-Video, wie du auch jetzt nicht großartig viel einstellen musst, aber dass du mal damit starten kannst. Solltest du eben in der Zukunft fortgeschrittene Blogs bauen wollen, gerne mal vorbeischauen und eher einen Blog mit Elementor Pro oder so etwas bauen. Dazu kommt auch noch ein Tutorial, beziehungsweise ist vielleicht auch schon ins Online. Und genau, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, beziehungsweise erhalten möchtest, dass du den YouTube-Kanal aktivierst und die Glocke abonnierst, so dass du auch jederzeit eine Benachrichtigung bekommst, wenn es ein neues Video online geht. Und wie gesagt, sonst gerne Feedback in die Kommentare. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Aufbau des Blogs, beziehungsweise viel Spaß mit dem Tutorial und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Schöne Untertitelung des ZDF, 2020